Ich bin so dumm, ich bin so dumm. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es die No Cube Challenge. Das heißt, wenn ich einen Cube einsammle, dann muss ich direkt in die Zone gehen und ich habe es so gemacht. Wenn ich in den drei Runden nicht einen Showdown schaffe, also wenn ich in den drei Runden nicht zweimal einen Showdown schaffe, muss ich ein peinliches Video auf meinem zweiten Account hochladen. Leute, der Link zu meinem zweiten Account ist in der Beschreibung, wenn ich verlieren sollte. Wenn nicht, dann ist er halt nicht vorhanden. Man weiß ja nicht, doch er ist vorhanden. Einfach so, Leute. Ich würde sagen, wir starten jetzt rein. Ich habe null Bock. Und ja, let's go! Bevor das Video startet, wollte ich noch sagen, dass ich diese Challenge so was von verkackt habe. Leute, schaut dieses Video bis zum Ende und dann seht ihr, was für eine Strafe ich bekommen soll. Nämlich, Leute, die Strafe wird deutlich doller, weil ich was ganz Dummes gemacht habe. Ich habe vergessen, dass es eine Challenge ist. Und ihr gönnt euch auf jeden Fall. Let's go! So, ich würde sagen... Oh! So, ich gehe jetzt mit Chili rein. Ich weiß nicht, wer ich jetzt Star Power habe. Oh mein Gott! Ey! Ich habe keinen Bock. Ich muss in den Shoutdown kommen. Ich muss in den Shoutdown kommen. Einfach nur in den Shoutdown kommen, dann ist alles gut. Okay. Ich sammle erstmal die Cubes ein. Aufgestellte Basis. Der Broke. Ah. Oh! Komm! Ey, wir dürfen jetzt nicht. Wer ist jetzt jemand? Da macht jemand Augen. Das ist gefährlich zu mir. Oh mein Gott. Der Broke da, ich schwöre. Das ist... Ey, das ist BS-Fisch. Ein größere Genere ist ein BS-Fisch. So. So. Okay. Nicht so offensiv. Ja, Mann. Komm, komm, komm. Nice. Oh mein Gott, Leute. Gleiches Shoutdown. Nein. Aua. Nein, nein, nein. So. Ja. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Ja. Alter. Oh mein Gott. Ich glaube. Ich darf mir nicht siegessicher sein. Nein. Nein, nein, nein. Die Team jetzt nicht. Nein, nein, nein. Hört auf. Wenn ich jetzt verliere, ich sag dir. Ich... Ey. Nein. Hör auf. Ich hab... Ich hab ulti. Wir geh weg. Ey. Hilfe. Nein. 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 Gott, Leute. Was war das? Jetzt muss ich die beiden Runden gewinnen. Sonst muss ich ein peinliches Video hochladen. Die WLAN-Likes helfen natürlich auf jeden Fall mit. Dankeschön, WLAN. Nein. Komm her. Hey. Warum geh ich weg? Komm her. Komm. Komm her, Bull. Bull. Das helfe ich mir rein, Bull. Nein. Okay. Ein Bull. Ich hab gleich Ulti. Waage. Waage nicht. Nice. Hat die Shelly Ulti? Okay. Der macht jetzt schon hier die Mitte frei. Der Barley kann gefährlich werden. Wenn er jetzt hier reinwirft. Okay. Ich hab keinen Bock. Ich will die Ulti haben. Und dann ist alles sicher. Ich geh einfach... Ich geh hin. Und... Was? Warum bin ich so dumm? Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Fest. Ich muss ein peinliches Video hochladen. Oh, ey. Mann. Warum bin ich auch so dumm und geh auf eine Shelly? Ich dachte, ich hätte... Oh. Komm, Leute. Wenigstens nach ZB End noch für euch eine dritte Runde. Auf jeden Fall. Dein Ernst? Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her, wenn du Stress willst. Hey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm her. Minus sieben. Ey, ich... Ey. Also, Leute, ich habe es nicht geschafft. Alle drei nicht meinen Shout-On geschafft. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich war so dumm. Und habe Cubes eingesammelt. Leute, das muss doppelt bestraft werden. Leute, schreibt mir jetzt mal in die Kommentare. Okay, weil ich ein Ehrenmann bin, weil ich die No-Cube-Challenge richtig per M habe und dabei sogar noch nicht geschafft habe zu gewinnen, muss ich doppelt dafür haben. Das heißt, ich muss, ich weiß nicht, Leute, schreibt mir in die Kommentare, was für ein Video ich auf meinem zweiten Account hochladen soll. Natürlich dürfte ich jetzt noch strenger sein. Also, weil ich ja die No-Cube-Challenge so verkackt habe. Ich würde sagen, Leute, für diesen alle mal Hashtag lost in die Kommentare und schreiben, was ich in meinem peinlichen Video machen muss. Also, es muss richtig hart sein, Leute. Ich habe keinen Bock da drauf. Aber, Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, Leute. Einen Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall ganz freuen. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal sein könntet, könnt ihr auch gerne ein kostenloses Abo da lassen und die kleine Glocke aktivieren. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr dieses Video auch gerne an eure Freunde teilen oder an Discord-Server. Kommt doch gerne auf meinen Discord-Server. Link ist unten in der Beschreibung. Jo, ich habe echt... Ich weiß nicht, was ich sage. Leute, schreibt einfach... Schreibt einfach die Bestrafung. Ich habe so... Ich habe so einfach... Egal, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao, Kakao. Euer IchWiGaming. Ja, LOL. Ja, LOL. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020